Wie geht es? Aber verstehe mal wer 20 ist. Eigentlich. Mensch, haben wir eins. Sollte ich jetzt eigentlich eine Mündungsbremse drauf, oder? Ja, wäre nicht schlecht. Gut. Bringt das was? Das ist klar. Da ist es außen, außen einer. So, aber wir haben jetzt gerade generell geweckt. Mal ein paar mal schießen. So. Och nö, der Medic wieder. Achtung, Medic, hinter dir. Hinter mir. Da, vor deren Augen habe ich gerätzt. Ah, Medic. Komm. Okay. Hat der einen Schalldämpfer drauf? Einer außen. Ah, ich erwischt den nicht. Okay. Ich finde das so scheiße, dass du langsam ganz runterziehen kannst. Geh mal mit zwei. Äh, wie viele Runden sind das? Ähm. Wie viele haben wir denn die angestellt? Keine Ahnung. Oh, da stehens alle drin. Alle. Medik drin. Drei Stücke auf alle Fälle drin. Schalldämpfer. Ich muss mich auf alle Fälle drin. Aber... Deswegen war ich nicht da. Ich habe noch gehört, als hätte ich einen Schalldämpfer drauf. Nämmer egal. Aufzeigen. Könnt ihr mich gleich einen ablösen? Kannst du mich gleich einen ablösen? Als Medic? Wo ist der Medic da war, ne? Der ich nicht gesehen hab. Mein Bruder durch den Schlitz hat gerade der Medic. Der ist da drin, pass auf. Medic auf, Medic auf. Hinter dir. Du das auch immer gerade gemacht hast, den Medic und den zu... Ach mei. Alter, ist ne Sache der Übel. Schnapper da drin. Ich hab's übersprinatet, hab ich zu oft gemacht, okay. Medic down. Ja, Medic's down. Hat uns aber zwei Leute, wir fast... Schnapper ist da drin. Da aus, die hält man voll, so voll komisch im Spectator. Wow. Schnapper down. Spectator hält dir die so hoch. Komisch. Au. Er ist hier öffnlich. Nice. Tut mir leid, Alex. Also, wir sagen eins, und mein Bruder geht's zwei. Komm mal nicht hoch. Warum komm ich da nicht hoch jetzt? Hier einfach meine Base, damit der... Willst du durch? Ja. Sag doch was. Ja, mir egal. Fuck. In uns. Wir nutzen einen Granatlauncher, die Penner. Ich hab die Arger dabei, sonst hätte ich ihn aufgenommen. Ich kann die Kinder auf Granatlauncher. Schieb mir doch nicht raus. Von hinten kommt ein Sniper. Der ist außen. Die Arger ist mein Lieblingsverfüll. Ich mach. Ich mach. Ja, so wurscht Mein Bruder ist NG Komm, 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 schnell hier und nimm die Bombe bitte Nimm die Bombe und platz hier Ach nee, der Medic Wo? Sind alle dahinter Platz hier rein, Fall Das ist der Medic, du Schlauwerger, ne? Ich hab's hier da ne Mine, falls der... ja, ok Steht hier vor, da kommt auch einer Lass ihn da Lass ihn da Nein Nice Ich geh eins Ich geh mal einfach zu zwei vorbeischauen Wir sind bei, äh, eins noch Sind bei, äh, eins noch Oh nö, bitte nicht Rauch Der macht ihn! Medic ist aber wunderbar Ja Ne, einer hauschen Die ist eins, eins Einer lebt noch, eins, ja Medic in der Ecke Predator links, Medic Schön Jetzt hab ich grad nen guten Moment erwischt Wird angefrackt Wird angefrackt Ich bin zwei, ich sehe bei eins, gar nix Sind bei eins, äh, sind bei zwei Na, Mist, bin down Ah nö, bitte nicht Schöpia, ne? Ich habe nicht weitergekommen Ich hab nicht weitergekommen Ich werde genau hochkommen, wenn ich drüber lebe. Echt cool, dass wir wieder hochgehen. Zwei wieder. Muss ersporen einer. Zwei sind halt. Zwei sind halt. Zwei sind halt. Oh, das ist gut. Er ist okay, er schießt einfach durch den Smoke. Durch den grünen sogar. Fuck. Ja, er hat geritzt. Tiere hab ich. Das ist der Medic. Ja. Ich bin mal gleich wie der Ingenieur. Warum nicht alleine? Gut. Ja, ich lass sie extra hier oben. Weil ich bin nicht von unten. Ich hab den Sniper. Sind wir wieder bei zwei wahrscheinlich. Ja, sind wir auch. Ja, von hier ist der Smoke. Ja. Mach mir halt einen Insight durch die Wand. Bomben liegt auf eins, down. Alle hier. Okay, ich komm. Ich komm nicht. Fuck. Hinten kommen wir hier. Medic links. Oh nö, der hat noch. Medic down. Hinter. Hinter dir. Da hinter dir. Genau. Boah. Nick. Ah, wo kommt der mal her? Och nö, ich hab die GO7 dabei. Scheiße. Gleich wieder Schützer. Ja. Jetzt geh ich nicht hoch. Sehr gut. Schau da hinten aus. Okay, ich werf halt direkt ne Nate hier hin, ey. Smoken und alles, ey. Die Smoken. Ne zwei. Ne zwei. Oh, hier ist der Richtige. Hab einen angefragt. Hilf mir einer hier hoch. Ey, das... Ey. Meine Waffe hat 950 RPM. Aber er schießt schneller. Wo ist ein Team hier nicht gestanden? Aufbauen. Der letzte Teil ist doch... Was? Haben wir mit GEL gemacht oder ohne? Ohne, haben wir es gesagt. Ja, aber er hat doch selber GEL. Einer von denen hat doch GEL benutzt. Der schießt mich gerade mit GEL hat, doch so scheiße. Ich sterbe nicht mehr. Ja, du brauchst nur einmal endlich dein Geld für den Aufschluss und rausgeben. Ja, das ist doch ganz wichtig. Das benutzt doch selber GEL. Ja, ich will eh, ich blemste. Ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Zwei Stück beim Wohnwagen Da hemmt gar keiner aus Ah, ist er tot? Ja Ungefähr User in your channel timed out In holder Ja, blend doch mal Da steht er, da steht er Wo steht er? Links, links, links Gut Schön Er war ausgetaimt, oder? Ja, sein Bruder ist ausgetaimt. Der hat einen Marathonlauf auf der Stelle gemacht.